Heyo Freunde und willkommen zu einem netten Kurzprojekt von mir und zwar agaio.io Und zwar geht es in dem Spiel auch jetzt darum, man frisst halt diese kleinen Teile auf bis zu einem gewissen Punkt und dann sollte man halt schauen, dass man halt nicht von den größeren Zeilen gefressen wird, aber selber schon schauen, dass man die Kleinen erwischt, damit man größer wird. Rechts oben seht ihr das Leaderboard, da geht es von 1 bis 10 halt, die Top 10 halt. Und links unten seht ihr halt euren ständigen, wie heißt es dann, Score. So, jetzt gibt es noch zwei Features in dem Spiel hier und zwar das eine ist, man kann sich teilen. Es ist halt, um jemand anderen zu überraschen, wenn zum Auffressen halt. Und das zweite Feature ist, jemanden zu feien, damit der halt größer wird und der vielleicht von einem ablässt. Und ja, eigentlich ist das Spiel am Anfang eher, wie sagt man denn, unlustig, einfach, ja, es geht. Aber mit der Zeit, wenn man es öfter spielt, macht es eigentlich relativ viel Fun. Besonders natürlich, wenn man dann mit mehreren Leuten spielt auf dem gleichen Server, ist das dann schon recht cool. Ähm, jetzt spülen wir es einfach mal ein bisschen. Peru möchte es, glaube ich, gerade fressen, aber das lasse ich einfach nicht zu, weil ich keine Lust habe. Äh, Jumbo, ne Jumbo sollte uns auch nicht fressen. Wer will schon von 9 gefressen werden, dann lieber von Estonia. Ah ja, ich habe hier jetzt ein paar Sachen ausgestellt, damit es halt nicht so laggt. Aber ich muss abhauen. Wenn die anfangen, sich zu teilen, bin ich tot. Bin ich gefressen. Und das will ich nicht. Der wollte uns jetzt eigentlich von... Seht ihr, Leute, der hat mich gefressen. Wie fies. Auf ein neues. Oh, das war ja gar nichts. Das geht so schnell... Was, wieder? Das geht so schnell am Anfang, wenn man einfach wirklich nur so ein kleiner Furz im Wind ist. Ähm... Aber ich finde es eigentlich relativ cool, wenn man den Hintergrund schwarz hat. Ähm... Es gibt da noch ein besonderes Feature, und zwar, wenn du hier etwas einstellst. Skins, dann... Ähm... Nimmt das... Die... Die Zelle, die... Vormann. Zum Beispiel, es gibt Skins, die sehen aus wie Obama oder wie... Wie, äh... Eine US-Flagge oder generell wie Flaggen und... Und... Ja... So... Oder wie Merkel, ja. Habt ihr gesehen, der da drüben hat sich so oft geteilt. Aber es ist halt noch eine Gefahr, weil dann ist man wieder kleiner und kann eigentlich von jedem wieder gefressen werden. So, jemand aus dem Balkan, je, jetzt, mena, keine Ahnung, was das bedeutet, aber es müsste... Kroatisch irgendwas sein. Das... Keine Ahnung, was das ist... Aber es will uns fressen, das gefällt mir nicht. Boah, wie mich das nervt, Leute. Jetzt hat er mich wieder aufgefressen. Ja, es ist ja wirklich ein netter Zeitvertreib. Aber man wird zu schnell gefressen. Ich hab's bis jetzt einmal... Ich spiel's jetzt auch noch nicht so lang, aber ich hab's bis jetzt einmal geschafft... Ja, und wir sind grün, so wie Link-Kurbis. Äh, ich hab's einmal geschafft, das Leaderboard zu kommen. Und zwar als Nummer 8 oder 7. Das war recht cool. Nur dann hatte ich ein Megalag, bin dann als eine große Zelle gegen so ein grünes Teil rangekommen. Weil als kleiner kann man sich so gut drin verstecken, aber wenn man größer ist und dahin fährt und zu nah ran fährt, dann wird man klein. Ja, Leute. Das war ein coolter Einblick in Agaio. Es ist wirklich empfehlenswert. Und, ja, wenn ihr mal Lust habt, können wir das mal zusammenspielen. Und, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Have fun!